Bei den katholischen. Übrigens, ich muss dir eh was sagen, Oma. Apropos katholisch, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Na, das ist eine Schande. Weißt du, wie viel Geld die von mir wollten? Na, 100 Euro muss ich zahlen. Ja, was ist, wenn das Kindergarten, wer darf die auch nehmen? Vielleicht findet sie irgendeinen anderen, der die Kinder auf ein Genuss wurschteln will. Ob das jetzt der Pfarrer macht oder irgendein Privates, auch schon wurscht, oder? Schande. Schande. Jetzt bist du allgemein.